Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo, beziehungsweise im Titel steht wahrscheinlich, dass ich schon krank bin. Das habe ich, also habe ich schon wahrscheinlich in dem Titel geschrieben. Ja, wie ihr merkt, ich bin krank geworden. Ich war in den letzten Tagen sehr oft mit Leuten unterwegs und habe mir da wahrscheinlich eine Magen-Darm-Grippe eingefangen. Und ja, jetzt verbringe ich die meiste Zeit des Tages auf der Toilette. Ja, man kennt es vielleicht, wollte ich nur Bescheid sagen, dass ihr wisst, oh nee, der Broke macht mal, der keine Videos oder keine Lust hat. Nein, ich war einfach letzt, ich war jetzt die, vier Tage ist das Video, ja, die vier Tage war ich immer mit Freunden unterwegs, von morgens bis abends. Also ja, genau, nur damit ihr Bescheid wisst, dass ich noch lebe, ja, aber nur noch so halb. Also wenn es wieder besser geht, dann mache ich wieder Videos ganz normal, aber momentan sieht es ein bisschen schwierig aus. Vielleicht ist ja dann ab übermorgen wieder normaler Videocontent oder mal gucken, je nachdem wie sich meine Magen-Darm-Grippe entwickelt, muss ich dann einfach mal schauen. Ja gut, das war es schon und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, habt noch einen schönen Tag und tschüss.